Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge von Great Life 5 und so wie es aussieht, geht es weiter. Das war ein sehr guter Erfolg in der letzten Episode, wir haben es nämlich hingekriegt, Chromatic Compound zu automatisieren und das in einer sehr kleinen Fabrik. Also ich denke mal, pass auf, ich habe jetzt erst nochmal Zeit. Ich habe jetzt gerade keine weiteren anderen großen Ziele und da ich noch ein bisschen weiter spielen möchte und jetzt nicht irgendwas anderes anfangen will, machen wir Great Life auch noch weiter und ich versuche trotzdem jetzt halt irgendwie das noch hinzukriegen, diese Rüstung zumindest zu Teil automatisieren. Ich habe nicht vor, so eine Gigafabrik zu bauen, wie wir schon mal gesehen hatten in der früheren Folge, um Schimmer zu automatisieren. Ich denke, ich werde das kleiner hinkriegen und zwar viel kleiner. Also meine Kunst wird es dann wahrscheinlich, also ich habe mich davon auch ein bisschen abschrecken lassen. Meine Kunst muss auch nicht sein, das ein bisschen kleiner, noch kleiner hinzukriegen und dann gucken wir einfach mal. Das war Chromatic Compound, das lief super. Ich habe jetzt 700, 800 Chromatic Compound in der Zwischenzeit schon fertig gekriegt, das ist echt geil gewesen, aber da gucken wir nochmal. Jetzt fehlt hier wieder Cinderflower, Verglowstone und das, ansonsten ist hier alles leer gelaufen und dann geht es weiter. Heute machen wir mal die Milchautomatisierung, also Kuh zapfen und dort Milch rausholen und das dann auch wegpumpen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe nur, ich habe nur eine einzige Kuh und die Frage war halt, ob ich das nicht eventuell nochmal umbaue oder hier lasse so ein bisschen. Also eine Cream-Produktion hätte ich hier ja in diesem Sinne und dann kann ich ja die Cream wegpumpen. Dann kann ich Milch wegpumpen und Cream wegpumpen. Vielleicht kann ich hier ein bisschen Platz machen und dann auch mir das Zeug hier weg und dann gehen wir hier hin und wir machen hier unsere ganz normale, vielleicht einfach nur die Milchabpumpstation oder sowas und die Milch geht dann nach hier hinten, wo es dann verarbeitet wird. Oder irgendwas überlege ich mir hier. Das ist auch sehr, sehr klein. Ich kann jetzt hier keine Gigafabrik draus machen. Vielleicht ist hier auch einfach nur die Milchabpumpstation und mit einem Rohr geht das dann einfach nach hier hinten hin in die richtige Fabrik dann oder so. Gucken wir mal. So, da lege ich jetzt los. In der Zwischenzeit, hier lief alles weiter fein durch und so. Die Maschinen laufen, ist nichts kaputt gegangen. Das ist wunderbar. Ich habe ein paar Amethyst nochmal ergänzt. Ich werde dann nochmal mehr ergänzen. Für mich war es auch wieder zwei freie Tage. Ich habe nicht gespielt und ich stand auch nicht AFK. Ich habe mich um Elements gekümmert. Ich werde hier, ja, so trotzdem noch normal jetzt weiter streamen, aber ich werde nicht mehr Hardcore hier grinden, denke ich. Ich schaue mal, wie ich das hier anstelle und dann seht ihr gleich mal den ersten Ansatz, wie wir dann Milch verfahren. Okay, eine halbe Stunde später und die komplett automatische Fabrik für Cream ist fertig. Ich dachte, ich trete jetzt mal ein bisschen aufs Gas. Ich habe noch ein paar Folgen im Voraus, deswegen sind sie so schlimm, wenn wir ein bisschen schneller hier durchgehen. Und ja, Deployer, Milch wird gezapft, also wenn halt gebraucht wird, denn aktuell ist alles voll. Hier liegt ein Milcheimer, der sich entleeren wird auf dieser Item Drain. Da die Item Drain aber gerade noch Milch drin hat, 1000 Millibuckets, weil gerade nichts verbraucht wurde, wird auch keine neue Milch gezapft. So. Und wenn der Eimer leer ist, wird er auf das Depot nach hier drüben weiterrutschen und dann kommt dieser Roboarm zum Einsatz. Der nimmt das von diesem Depot und legt es auf dieses Depot und hier wird dann, da kommen die leeren Eimer hin, das ist wieder ein Deployer gemacht. Also die ganze Zeit ein Kreislauf mit einem Bucket. Dahin, 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 dahin. Die ganze Zeit fährt das jetzt hier so ein Kreis, füllt Milch auf und hier vorne wird die Milch mal rausgezapft und die Milch... So, dann dreht sich der Bucket in meiner, der dreht sich in meiner Blickrichtung. Und die Milch gibt dann rausgepumpt in diesen Kessel. Das ist das Basin, wo kondensende Milch hergestellt wird mit Sugar und Wasser noch. Wasser wird auch hier hinten reingeführt, habe ich da nochmal eine Pumpe gemacht. So, das ist dann erstmal die Kuhgeschichte. Dann wird Energie weitergeleitet zu diesem Roboarm und dieser Roboarm ist jetzt dafür da, hier die Teile zu befüllen. Das obere hier muss Sugar rein für die kondensende Milch und hier müssen Schneebälle rein. Und ich werde dann hier wieder Inputkisten machen, wie ihr es gerade schon seht. Hier vorne kommt dann Zucker einfach rein. Und da kommen dann Schneebälle rein, da ist noch was drin. Und wenn ich jetzt Zucker reinwerfen würde, wird auch hier weiter produziert werden. Wobei ich bin mir nicht ganz sicher, Cream ist nämlich gerade voll. Wahrscheinlich würde erstmal nicht so viel nachproduziert werden. Haut hin. Und dann könnte ich jetzt hier mit einer Pumpe die Cream abpumpen. Und die Cream ist ja von allen Milchshakes einfach die Grundzutat. Weil hier Cream. Überall brauchen wir Cream. Zusammen mit Zucker und noch einem weiteren Ding. Und jetzt brauche ich halt die Hot Chocolate und die Glowberry Milkshake und sowas. Hier seht ihr Cream plus Glowberry Milkshake. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch sechs, sieben oder sowas andere Mixer einmal mit auch Hitze drunter. Wo wir einmal dann in Massen die speziellen Milkshakes herstellen. So. Und ich verzichte auch hier wieder auf die Blaze Burner. Wir machen das hier mit unserem Boiler Heater. Und immer wenn ich zwei Solarpanel nehme, die egal ob wir, wenn wir die Create Items drüber haben, dann kriegen die trotzdem Strom. Das ist geil. Das wird immer noch, und wir haben kein Rohr wieder dazwischen, also keine Wärmepipe, die explodieren könnte. Und dann ist das geil. Und dann habe ich jetzt hier permanent, also bei Tag halt, ne? Tagsüber produziert die. Nacht, nachts nicht, aber tags produziert die. Jetzt hat die hier permanent Hitze, um dann dort das Richtige draus zu machen. Das ist geil. So. Und hier die Cream. Die müsste ich jetzt eigentlich mal abpumpen und dann halt verteilen. Denn eigentlich müsste ich die jetzt mit Rohren weiterführen und an sechs von diesen, ja, Milkshake-Produzenten vorbeiführen. Dann brauchen wir nämlich einen Teil von der Cream, von diesem Milkshake-Produzent. Boom, Endprodukt. Milkshake, Cream-Produzent, Endprodukt. So, und ich gucke mal, wie wir das jetzt machen. Das soll so eine Förderungsstrecke wahrscheinlich sein. Also ich vermute mal, ich muss eine Pipe machen, die jetzt gerade hier durchgeht und immer Abzweigung zu jedem einzelnen Milkshake. Leute, also ich glaube, wir kriegen das hin und wir kriegen das sehr platzsparend hin. Ich bin sehr gespannt. Abfahrt. Gut, es wird Zeit für den nächsten Zwischenschritt, denn die ganze Rohrverwurstung ist endlich durch. Leute, ich glaube, wir kommen voran. Ich mache es nur auf Recap, kann man ganz kurz erklären. Also das Ding hier vorne haben wir jetzt ja stehen gehabt. Für mich so wieder ein neues Stream-Tag. Ich habe ein bisschen viel gequatscht die Tage. Und mit Leuten halt noch geredet und war nicht so produktiv. Aber ich habe jetzt mal hier Sugarcane-Feld hingeballert. Das muss auch komplett groß werden. Wir werden nämlich Unmengen an Zucker brauchen. Für das ganze Zeug. Also hier unten ist ja unser altes Feld. Ich habe jetzt mal ein neues hingebaut. Das brauche ich jetzt erstmal komplett voll, bevor ich da irgendwas entnehme. Mal schauen. Und hier habe ich jetzt schon mal die weitestgehend wichtige Technik gemacht, die wir benötigen, um das alles zu stellen. Vorne Cream. Wird schon produziert. Wird noch nicht rausgesaugt aktuell, weil hier keine Pumpe eingebaut wurde. Aber die werde ich dann wahrscheinlich hier noch hinmachen, wenn wir es brauchen. Und dann sieht folgendes aus. Hier vorne wird produziert. Ich habe jetzt festgelegt Karamell, Sweetberry, Glowberry, Vanillamilkshake mit den Blumen. Dann wird hier Chocolate erstellt. Und hier wird Hot Chocolate dann gemacht. Und den Hot Chocolate Shake. Hier muss ich superheaten. Da kommen noch mal weitere von den Teilen dahinter. Ich muss aber nur in einem Kessel Chocolate produzieren. Und das splittet sich dann halt nach rechts und nach links, würde ich sagen. Wenn der Kessel hier unten voll ist und hier oben Chocolate übrig ist, dann wird es halt zur Seite weiter gepumpt und geht raus. Das heißt, eigentlich müsste ich aber noch mal hingehen, wenn ich gerade dabei bin. Und zwar, man kann nämlich solche Smart Pipes machen, sehe ich. Das soll ich auch hier hinten tun. Weil es soll ja nicht die Milch oder sowas rausgepumpt werden, sondern nur das Endprodukt, was ich haben will. Und da würde ich mal ganz kurz hingehen. Eine Smart Pipe brauche ich noch. Die hatte ich hier schon eigentlich vorbereitet. Smart Flute Pipe. Wer damit. Und da stellen wir ein, dass natürlich nur die Chocolate rausgepumpt werden soll und nicht die Milch oder das Wasser, was da ansonsten noch irgendwie reinkommt. Ja, dann muss ich als nächstes Robo-Arme machen, die jetzt dann die Kessel alle befüllen. Praktisch mir die Arbeit abnehmen. Das, was ich sonst manuell machen würde, machen dann die Robo-Arme für mich. Und that's the plan. Wir müssen auch von hier hinten noch mal Milch befeuern. Ich habe jetzt hier vorne noch mal zusätzlich Milch abgezwackt. Einerseits geht es hier nach vorne in den Kessel rein. Dann habe ich es nach oben wieder zurückgeleitet. Und wir führen das hier hinten lang, weil für jeden Milchsteak, abseits von der Cream, für die, keine Ahnung, Vanillamilch oder für die Strawberry-Milch und sowas brauchen wir auch noch mal Milch. Von vorne wird jetzt ein Robo-Arm sein, der immer Zucker in die Basins reinlegt, oben und unten, damit hier der fertige Milchsteak entsteht. Und hier hinten kommt nochmal ein Roboter-Arm hin, der immer die Grundzutaten reinlegt. Also die Robo-Arm, der hier jetzt immer die Sweetberries reinlegt, hier das, hier die Glowberries reinlegt oder gut, bei dem einen brauchen wir nur Sugar. Das ist egal. Hier die Sweetberries, da die Glowberries und hier die Dandelions und blauen Orchideen und hier dann die Kakaobohnen rein. So, und dann sollte es gut durchgehen. Und ich kann ja hier innen drin, weil das ja immer verschiedene Items sind, brauche ich für jedes Item einen eigenen Robo-Arm. Ansonsten müsste ich mit Filtern arbeiten, dass ich hier so einen Filter irgendwie ransetze. Aber da komme ich so schwierig ran, dass wir irgendwie sagen, ey, hier oben, naja, vielleicht könnte ich es auch mit einem Robo-Arm machen. Dass wir seitlich ein Brass-Funnel noch setzen, mit einem Filter drin, dass da nur dann Dandelions rein darf. Und hier mit einem Filter, dass da nur, naja, das ist ein bisschen schwierig, ich komme halt hier schlecht ran gerade. Das ist ein bisschen difficult, hier an alles ran zu kommen. Ja, okay, warte mal, hier kann ein Robo-Arm hin, der die beiden nimmt, weil hier ist ja frei. Ihr könnt Brass-Funnel an die obere Cauldron-Seite ran hier. Hier geht es nicht, also könnte ich hier auch nochmal rechts links. Oh ja, das wird gehen. Sehr gut. Da gucken wir mal. Nur, dass wir noch einen Filter machen müssen, dass immer Sugar plus halt das andere rein kann. Da kann ich, würde ich sagen, zwei Robo-Arme hier, drei Robo, also fünf Robo-Arme brauchen wir noch. Meine Güte, ist das kompliziert. Und den Zucker, den würde ich vielleicht irgendwie auch von hier hinten über einen Förderband anliefern, dass die Robo-Arme einerseits sich den Sugar irgendwie von so einem Teil halt hier hinten holen, vielleicht sogar etwas erhöht, vielleicht kann ich ja hier einen Förderband drüber laufen lassen, über diese Advanced Solar Plates, etwas weiter oben. Und dann hier hinten ein Depot mal hinsetzen, wo dann die Ressourcen hinkommen, die für den Milkshake spezifisch sind. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wieder kompliziert. Ich zeige mal, wie es gemacht ist. Und wenn jetzt der nächste Schritt automatisiert ist, dann müssten wir das schon gut hinkriegen, dass hier unten die fertigen Milkshakes landen. Dann habe ich hier vorne wieder nochmal einen Output gemacht. Da muss natürlich die Milkshakes in den Filter rein. Es soll ja nicht die Cream rausgesaugt werden, was hier eingeliefert wird, sondern nur die Milkshakes. Dann lassen wir die Pumpen laufen in der Spout und hier vorne werden dann die Eimer befüllt. Dann würden wir aus einem leeren Eimer immer einen vollen Eimer machen mit dem Milkshake. Einen leeren Eimer, einen vollen Eimer und alle Eimer, die müssen dann weg transportiert werden nach hier vorne, zusammen mit dem Chromatic Compound. Das muss auch nochmal verflüssigt werden, Eimer gepackt werden. Und hier müsste dann die Crafting Area stattfinden für den Schimmeringot. So, abseits hiervon fehlt uns aber noch ein Sap Bucket. Der ist aber einfach zum Glück. Den machen wir später. Ich würde jetzt erstmal die Milkshakes abhaken, wenn wir die alle haben. Das wäre schon mal ein guter Fortschritt, würde ich sagen. Gut, Leute. Irgendwie bin ich die Tage so produktiv. Es ist schon wieder nächster Streamtag. Über drei Tage habe ich jetzt eine Folge aufgenommen. Die Milkshakes sind aber jetzt fertig. Ich habe das alles richtig eingestellt. Hier vorne kommt Karamell raus. Karamell ist drin. Sweetberry raus. Sweetberry ist drin. Glowberry Milkshake. Glowberry Eimer ist drin. Alles in Angriff Vanilla Milkshake. Hier ist auch Vanilla drin. Hot Chocolate ist hier. Quatsch, Chocolate Milkshake und Hot Chocolate ist hier. Und das läuft jetzt alles. Ich muss jetzt hier oder ich kann jetzt hier Pumpen anschließen, die das rauspumpen. Und dann würden die das auch in den Eimer reintüten. Und dann habe ich automatisiert die Herstellung von Milkshakes hinter mir. Es gibt halt ein paar Sachen, um die müssen wir uns dann jetzt noch kümmern. Zum Beispiel in der Fabrik oder eine Produktionsstätte für die Dandelions, für Vanilla Milkshake. Das wäre nicht schlecht. Da brauchen wir ganz viele von den Dandelions und Stuff. Und das ist halt die Frage, die müssen hier hinten dann immer schön hin- und angeliefert werden. Ich würde aber einfach irgendwo hier eine Farm bauen. Ich meine, ich habe gestern losgelegt. Nämlich hier hinten, seht ihr das? Und da habe ich schon mal eine Grasspur gezogen, weil Blumen wachsen ja nur auf Gras. Und ich stand ein bisschen 11k und dann ist das schon mal hier hingewachsen, dass ich vielleicht hier hinter diesen Bäumen jetzt hier eine Farm in diese Richtung machen würde. Und ob man sich nach vorne, ich glaube, da ist auch hier die Station stehen geblieben. Da wird, glaube ich, gerade kein Holz mehr produziert. Also war nicht gut. Manchmal passiert das, dass diese Windmill-Bearings hier dann stehen bleiben. Und die Glock geht halt auch jedes Mal mal kaputt. Das ist nichts Neues. Ich muss einfach auch mal eine bessere machen. Oh, ich bin zuvor. Hier, das kann ich mal wegmachen. Dann mache ich das hier wieder hin. Und dann muss das Signal etwas länger sein. Nämlich so drei Repeater-Ticks lang. Und dann wird auch hier vernünftig mit jedem Mal das rausgetan. Hoffe ich mal. Da, jedes Mal Blaze-Powder. Hallo? Nee, immer noch nicht. Muss noch ein kleines bisschen länger stehen, weil ihr seht das hier. Oder ihr seht das hier nicht. Warte mal, warum ist das eigentlich leer? Warum sind das alle, alle hier? Da sind Schleimbälle drin. Die werden nicht gemixt. Achso, ja, weil Kohlener von Holz weht. Warte mal, ganz kurz. Das Ding ist stehen geblieben und das ist gerade das Problem. Also müssen wir erstmal hier anhalten, starten. Dann läuft das wieder. Dann kommt da vorne wieder Zeug rein. Dann als nächstes. Das hält zu kurz an. Da ist Magma-Cream drin, aber die kann nicht geshakt werden. Jetzt ist es leider doch wieder zu lang sogar. So kann ich jetzt machen. Jetzt habe ich eine andere Einstellung gekriegt. Und jetzt kommt immer Blaze-Powder raus. Na? Ja. Jetzt wird jedes Mal Blaze-Powder nach vorne, so wie es soll. Jetzt stimmt auch wieder alles. Und jetzt sind auch alle wieder aktiviert. Wo sind wir denn eigentlich gerade? Wir sind auf fast 400 Millionen. Gut. Das wieder erledigt. Das hier läuft wieder. Und jetzt gehen wir vor. Und ich würde sagen, die Milchshakes sind durch. Jetzt heißt es Produktion für einiges an Stuff. Weißt du, mit Baumil kann man natürlich nicht nur die Vanille-Zeugs dann machen, sondern auch Sweetberries und Cave. Also die Glowberries. Vielleicht kann ich das alles irgendwie kombinieren und sowas. Und das andere, was gefehlt hatte, waren Kakaobohnen. Die kann ich jetzt nicht mal eben schnell mit Knochen mehr machen. Da würde ich einfach hinterschreien fahren. Man kann aber richtig viel Kakaobohnen in richtig kurzer Zeit einsammeln. Indem man hier diese Farm einfach benutzt und so. Und da werde ich wahrscheinlich auch erstmal genug haben. Also woran es hängen wird, ist das Vanille-Zeugs mit den Blumen. Die Blumen und die Berries und alles, das kriegen wir ziemlich schnell immer vermehrt. Ja, und da würde ich sagen, bauen wir als nächstes hier mal so eine kleine Blumenfarm, wo das geerntet wird. Und dann schauen wir mal, dass wir da immer genug auf Vorrat haben. Wenn die Milchshakes schon stehen, das ist nicht schlecht. Und wenn das steht, dann können wir mal gucken, dass wir die eintüten. Da machen wir noch eine Sap-Produktion hin. Und dann wird das irgendwie zusammengeführt oder so. So, ich dachte, die Vanille-Farm, die ziehe ich am besten gleich noch in das Video mit rein. Und deswegen, die kriegen wir auch noch abgehakt. Also, Vanille, das ist wieder ein komplettes Kapitel für sich. Aber ich habe gesehen folgendes. Man kann Dreck, der hält jetzt hier unten drunter an. Man kann den Dirt mit Wasser zu Gras machen. Und was habe ich am Inventar? Dann droppe ich das mal da drauf. Wenn Wasser rausgesorgt, sondern hier den sammle ich ein. Und dann stellen wir doch mal Grasblöcke her. Weil jetzt bin ich zu faul, das weiter wachsen zu lassen. Ich habe jetzt hier das wieder weitergekommen. Und dann habe ich immer gesagt, ey, Spock, du kannst Graus auch herstellen. Ja, gut, dass ich jetzt hier... Also, ich wollte mal zeigen, wie wir es gemacht haben. Ich habe jetzt hier eine Grasfläche dran gebaut. Mit einem Deployer. Gut, der hat gerade noch Dreck drin. Das ist aber noch weg. Da kommt logischerweise nur Baumil hin. Hier wird Baumil angeliefert über dieses Förderband, was von hier vorne kommt. Von einem Kompost da raus und von einer Kiste. Diese Kiste kann ich halt Knochenmehl dann reinlegen. Das geht dann hoch und wird reingefüttert. So, dann das Ergebnis von dem Harvester, der hier drüber fährt. Der kann alles Sapling... Äh, nicht Saplings. Der kann die Blumen, der kann das Grasen, alles mögliche, was hier drauf wächst, von dem Knochenmehl dann einsammeln. Und hier hinten rausschmeißen. Dann werde ich hier, ganz wichtig, die Dandelions, das darf rausfiltern. Da habe ich gerade Stein drin. Da werde ich nochmal die Sonnenblumen rausfiltern. Die kann man für Zink nehmen und sowas. Und alles restliche an Grünzeug wird dann hier hingefahren, wird kompostiert. Hier ist ein Roboarm. Der nimmt das, schmeißt das in den Kompost da rein, der wieder auf dem Band steht, wo auch sonst das Knochenmehl reinkommt. So, und so habe ich dann auch wieder hier einen schönen Kreislauf gemacht, dass alles passt. Ich denke nicht, dass das so sonderlich selbsttragend ist. Also, wir werden auf jeden Fall immer Knochenmehl zuschießen müssen. Und dann gucken wir mal. Alright, dann habe ich jetzt aber erstmal hier das geschafft. Ich mache, ich mache, ich mache direkt ein bisschen her. Wir können ja ruhig mal die neuen Blöcke zu Grasblöcken direkt machen. Oh, oh, bitte nicht runter droppen, da drauf. Er fliegt jetzt wieder, ach, die falsche Richtung. Aber kein Problem, der Filter sorgt nämlich dafür, dass, oder? Ah ne, stopp, der hält sogar hier vorne. Frechheit. So, es wird eingesammelt, ich müsste auch einmal einsammeln und sowas. Die SAB-Produktion fehlt noch und so lauter Kleinigkeiten, ey. Okay, ich dachte, ich bin mit dem Schimmer schon fast durch, aber wir müssen uns da echt ein bisschen beeilen, weil die ganzen kleinen und Nebenfabriken, da müssen wir echt mal gucken. So, dann nehme ich den nochmal mit. Den, den, jetzt habe ich erstmal sechs Grasblöcke. Der Rest kann jetzt wachsen, denke ich mal. Alrighty, gehen wir rüber. Packen das einfach mal hier drauf. Und dann sage ich mal, hier vorne, die Erde, die muss auch nicht sein. Also hauptsächlich wird hier hinten die Fläche... So, kann ich hier Erde? Ja, da. Hauptsächlich ist das hier hinten diese Fläche. Da darf jetzt ruhig mal Gras drüber wachsen. Ne, das haut schon hin. Nochmal zwei weitere, meinetwegen. Hier, ja, verteile ich jetzt mal schön hier. Dauert wahrscheinlich noch einen kleinen Moment und dann ist das auch voll gewachsen. Dann kann ich hier mal einen Pilot-Test machen mit dem ersten Knochenmehl. Ob das läuft. Die Sache ist jetzt noch, das dreht sich ultra lahm. Die Leute haben gesagt, ey, da hau nochmal einen Speed-Controller rein. Und würde ich sagen, kann ich auch noch tun. Ja, ich weiß ja nicht, ob das schon ausreichen würde, die Geschwindigkeit. Ich habe jetzt nur Stromproduktion hier von der Windbühle selbst. Also ich habe jetzt nicht extra Energie von hier hinten zugeführt. Wir gucken einfach mal. Also, gehen wir rüber. Ich hole mir mal eben schnell alles, was wir für einen Controller brauchen. Hier habe ich doch Rotational-Speed-Controller. Zum Glück habe ich noch welche von diesen Circles. Oh, ich glaube, das war das Letzte. Ich muss neue von diesen Processing-Teilen machen, sonst kann ich keine Robo-Arme mehr ziehen. Großes Zahnrad, passt. Sofort wieder schlafen. Wenigstens kann ich jetzt pennen. Aktuell sind nicht mehr so viele Spieler drauf. Dann können wir jetzt mal zügig schlafen immer. Alright, dann geht es rüber. Chat fragt noch, ob ich Bambus zu Knochen mir machen kann. Nee, kann man nicht. Bambus kannst nicht kompostieren, soweit ich das weiß. Dann gehen wir mal hier hin und dann würde ich sagen, ey, yo, lass mal sehen, wie weit wir das Zeug gepimpen können. Dann machen wir aber das hier drauf. Dann können wir natürlich das wieder weg machen. Und jetzt muss ich irgendwie wieder den Knick hier runter kriegen. Denn das ist wieder nicht so leucht. Aber es dreht sich noch in die richtige Richtung. Das ist geil. Jetzt brauche ich wieder Förderbänder und Scharfs. Und dann machen wir doch mal, das dreht sich in die Richtung. Also machen wir, nee, das nicht. Doch, machen wir so. Alright, dann soll es jetzt richtig drehen. Und dann kann ich sagen, Abfahrt. Kann ich auch richtig schnell fahren? Oh, geht sogar. Ah, weil wir Leute, wir haben ja gar keinen, na doch, wir haben einen Verbraucher. Ich wollte gerade sagen, der Roboamt als Verbraucher, der verfrist 512. Und der Deployer da hinten, der frisst noch ein kleines bisschen was. Aber der dreht sich nur sehr langsam. Der frisst nur, ach, Stressjunit. Der soll sich aber auch so langsam drehen. Der soll einmal pushen, wenn das Ding sich einmal oben gedreht hat. Das ist richtig so. Dann nehmen wir den Erdblock hier mit. Und so ein bisschen, werde ich auch noch mal Erde mitnehmen, weil hier soll nichts passieren. So, das Gras soll einfach nur ganz in Ruhe hier vorne wachsen. Da schon einen Koppelzun nehmen. Und jetzt wird das doch langsam was. Ja, gleich wird es voller. Sehr schön. Dann würde ich da einfach mal ein bisschen Testbaumehl reinschmeißen. Und dann läuft das, hoffe ich. Ja. Blub. Leider noch nicht, sondern ich, warte mal. Ich bin im Forest. Ich hoffe, wir wachsen Dandelions. Weil hier hinten war auch Forest und hier sind auch Dandelions gewachsen. Okay, ja. Gerade wachsen natürlich mal wieder keine Blumen, weil halt Pech. Und wie gesagt, es dauert auch eine Weile, bis wir jetzt hier durch sind. Das sieht aber gerade gut aus, so von der Geschwindigkeit. Ja, können wir mal gucken, ob wir da ein bisschen, also ich werde vielleicht das Teil hier auch noch mal ein bisschen zügiger machen. Überlege ich mir noch. Ich überlege mir noch, ob ich den hier anpasse an die Geschwindigkeit hier oben. Dass ich einfach hier diagonal ein Förderband mache und dann den Deployer aktiviere. Vielleicht ist das besser. Also die Sache ist halt, ich will die so viel Baumilwasten. Das ist auch ein Effizienzding. Wie sieht es mit dem Komposting eigentlich aus? Läuft das hier gut? Schmeißt der hier? Es dauert halt nochmal eine Weile, weil die eben Drehungsgeschwindigkeit so lahm ist. Eine Dandelion. Beim Gras kam gar nichts raus. Wir haben jetzt eine Dandelion gekriegt. Hey. Also wie gesagt, ist ja nicht alles zugewachsen. Da kommt jetzt die nächste Dandelion und so. Leute, so wie es aussieht, wenn ihr mich fragt, heißt das, wir knallen da noch ein bisschen Wolle drauf, damit sich das schneller dreht. Ich schere die nochmal. Ich habe noch welche im Inventar. Je mehr Wolle ich drauf habe, umso schneller dreht sich der Laden. Und da würde ich einfach nochmal hingehen. Und ein bisschen was drauf kleben. Okay, aber dann haben wir jetzt unsere Vanilleproduktion auch fertig eigentlich. Das wird jetzt langsam anlaufen, immer besser gehen. Stück für Stück kommt dann mehr bei rum. Bin fürs Erste zufrieden eigentlich. Ansonsten alles Baum ist nach oben gefahren. Ich habe da ein paar Stacks reingeworfen. Die Knochen zu crushen ist nämlich der Pro-Tip hier. So, dann stoppe ich das nochmal. Ich habe 23 Wolle gerade kassiert. Da habe ich... Hey, wo kam der andere Superglue gerade her? Wo kam der Superglue her? Kann ich denn... Ja, hier kann ich hochhüpfen. Das ist schon mal chillig. All right, dann drauf, drauf, drauf. Die ganze Zeit jetzt einfach hier... Mehr Wolle dran. Mehr Wolle dran. So, und jetzt soll es schon wieder einen kleinen Tacken schneller gehen. Dann gehe ich mal hier rüber. Dann baue ich nochmal das Ding hier ab. Und ja, die Chute ist natürlich jetzt am Feiern. Ey, ey, ey. Droppen, droppen, droppen. So, und dann kann ich nochmal gucken, ob wir das so machen. Ja. Der hat jetzt wieder Bauenmehl drin. Dann hier oben kann Bauenmehl rein. Dann nehme ich das, 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 das hier alles mit. Dann sage ich... Haben wir nochmal ein Förderband. So nehme ich. Jetzt läuft er genauso schnell wie oben das Teil. Und vielleicht ist es ja besser. Jetzt bin ich aber gespannt. Wahrscheinlich overstresst, ne? Naja, läuft sogar noch. Ach, weil ich mehr Wolle drauf habe, ja. Und anscheinend habe ich auch eine vergessene Wolle zu kleben. Die werde ich jetzt gleich nochmal... Ach, weil der Klebstoff kaputt gegangen ist, ja. So, und das ist jetzt hier die etwas bessere Geschwindigkeit. Das Problem ist aber, es ist ein bisschen inefficient. Also es wird, sobald dieser Block hier gecrushed ist, wo, unter Bauenmehl, und auch wenn hier hinten ist ja noch Zeug gewachsen, auch bevor das geerntet ist, wird neu platziert. Ist halt so ein bisschen jetzt die Sache. Ist halt inefficient, ne? Aber dann ist es vielleicht so, keine Ahnung, besser als nix. Hauptsache, es wird jetzt hier langsam Zeug produziert und wir kommen an unser Kram ran. Machen wir ein paar Dandelions hier. Ist ja voll wenig. Naja, wir lassen uns einfach jetzt für die Ewigkeit laufen. Ich hoffe, es wird nicht kompostiert. Das sieht auch ganz gut aus. Ja, oh, Knochen mitfällt hoch sehr gut. Das hat geklappt, das haben wir auch gesehen. Dann gucken wir mal. Zwei Dandelions, yay! Wir von 1.000 oder von 4.000 oder sowas. Wir lassen es laufen, wir lassen es laufen. Alright. Aber dann würde ich auch hier einen kleinen Stopp machen. Es gibt noch weitere Dinge, die müssen wir tun. Schlimmer ist leider noch nicht ganz fertig, aber die Milchshakes sind weitestgehend durch. Bloß halt Grundressourcen für die Milchshakes. Als nächstes muss ich noch Zap machen. Plus die Chromatic Compounds ist zu verflüssigen. Plus auch vielleicht nochmal die XP Nuggets, aber ich würde die erstmal per Hand herstellen auf Vorrate. Gucken wir einfach mal und dann haben wir hoffentlich das nächste Mal den Schimmer fertig. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Episode. Bis dann, das Gachen und ciao, ciao! Bis dann, das Gachen und ciao!